Das Malten Blau Hellblau Braun Grau Halt auf die Bremse! Warum hast du nicht gebremst? Er hatte einfach Angst. Was meinst du mit einfach Angst? Ich hatte was im Auge. Ja, ja, du Rennprofi. Ich bin dran. Ich zeig dir mal, wie das richtig geht. Oh, was ist mit dem Computer los? Ah, er macht mir schon länger Schwierigkeiten. Er geht von alleine aus. Es ist nichts Schlimmes. Ich mach ihn einfach wieder an. Das gefällt mir gar nicht. Komm, Nollik. Wir gehen mal rein und schauen nach. Orange B Rosa Grau Grau Gelb Rot Hellblau Blau Dunkelblau Und je kleiner die Fixies sind, desto lieber möchte das Fixie-Monster sie fressen. Und weshalb hast du mir nie irgendetwas über Fixie-Frisse erzählt? Ich wollte nicht, dass du dich fürchtest. Okay, Angsthäschen. Komm weiter. Simka, wo bist du? Oh nein, Fixie-Frisse, friss mich nicht. Oh, Simka, komm schnell her. Ja, das Geräusch kommt von hier. Guck doch mal. Das ist gar kein Fixie-Frisse, sondern nur der Ventilator. Nicht nur das, Nollik. Er braucht unsere Hilfe. Siehst du, wie krank er aussieht? Komm, wir reparieren ihn. Sofort. Blau Blau Beisch Braun Türkis Orange Grün Violett Grau Rosa Aber Angst hatte ich keine. Und ich bin rein in den Kampf. Und Simka? Oh, die hat sich irgendwo versteckt. Mädchen sind von Natur aus feige. Also habe ich das Monster ganz allein bekämpft. Ah! Oh, das war wohl ein Beispiel dafür, wie feige Mädchen sich verstecken, wenn sie Angst kriegen. Ähm, ähm, ja! Wähle aus, was du anschauen willst. Klicke einfach auf das Bild. Abonniere unseren Kanal, um neue Zeichen-Trickfilme anzuschauen. Musik 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 Musik